So meine Lieben, wir machen direkt mit dem Part weiter. Nebentiere aufgehört gehabt. Hatten uns noch mal gerettet mit den letzten Groschen. Gucken wir mal wie es weiter geht. So, so, so. Erstmal ein Kippchen anwerfen hier. Damit die Augen auch offen bleiben. So, so. So, so. So, so. 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 Schön. Du. So. Finally. So. 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 Wenn du in der Zone natürlich auch einen guten Multi dabei hast, dann kann das hier brennen. So einen schönen x5er hatten wir ja eben auch schon im ersten Part. Wenn du dann da in die Zone reinmarschierst, dann kann doch mal schnell in die tausende Regionen gehen. Noch ein besserer Start als gerade mit dem x2er. Guckt euch das an. Was ne big big Chance ey. Acht Spiesel noch. Ein Ding hatten wir schon und dann kommt da ja nichts mehr. Auch ein neues. Manchmal wenn ich das Spiel hier so spiele und schon den 10. oder 20. Kauf gemacht habe, dann denke ich immer, ich habe schon gar keinen Bock mehr auf das Spiel. Aber das Ding ist, jeder neue Kauf, den du hier machst, ist immer wieder ein neues Feeling. Das ist total bescheuert ey. Es sei denn du hast natürlich so einen Kacklauf wie hier gerade. Der Anfang ist schon schlecht gewesen. Ach wann krach kommen wir da noch eine stufe weiter. Was das wieder für einen Sinn hat, weil es auch keine Sau ist. Die goldene Mistkarre kommt nicht einmal vor die Türe, was soll die Scheiße. Garagenschlüssel verloren oder was. Kann doch nicht Sinn. Jetzt gehen wir bis zum Ende durch hier. Nicht jetzt wandern. Jungen. Hier standau。 Die пес Gisch. Die Gisch. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das war gut. Komm, ach komm, stell das gleiche wieder vor, ey. Was, ein nützliches Schwein. Vor allen Dingen kommt das Ding noch am Anfang, wo du denkst, ja, vielleicht fällt das hinten noch rein oder was. Gut, die wieder so eine Scheiße, echt. So verfaul kann noch keiner sein. So verfaul kann noch keiner sein. Nee, ich mach mir jetzt keine Hoffnung. Echt? Ich bin jetzt oft genug enttäuscht hier. Einen Ding gibt er bestimmt wieder noch. Jede Stufe, jetzt gerade die letzten drei Käufe, jedes Mal einen vor dem Ding abgekratzt. Mann, Mann, Mann. Das war schon der Hauptgewinn, wenn wir schon so rein starten. Kann das so ein Schlag vor die Zähne geben. Auf Wiedersehen. So. Also. Untertitelung des ZDF, 2020 Könnte bei innen nochmal geben Ich frage mich echt, wann die goldene Tentakel wenigstens einmal rauskommt, um wenigstens vorbeizufahren. So, auf Hoffnung. Wieder mit Mai 4. So. So, das wird ein Bruch hier. So. 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 Der grüne Hockeyschläger bleibt wieder in der Kabine. So. Und jetzt kaufe ich für einen Euro. Scheiße. Ich habe gedacht, da kommt wenigstens noch ein Multi bei. So. 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 Hmm. Ich könnte nochmal auf 400 Euro oder was kommen, aber das ist alles nichts. 460, 70. Diese alte Kackmöhre, kommt doch nicht einmal da raus, Mann, Mann, Mann. Bleibt uns nichts anderes über, wir brauchen nochmal K-150. 460, 70. 560, 70. 660, 80. 45. 41. 42. 42. 44. 42. 43. 43. 44. 45. Scheiss Akku immer akku leer, ey. Das ist echt zu heftig man, wir kommen da nicht weiter und jetzt können wir auch nicht mal den Scheiss holen, echt super. Einfach mal reingestoppt hier, die Jute in drei Wales. Das ist echt zu heftig man, die Jute in drei Wales. Ohne Multi, ohne alles. Komisch, aber ja gut. Drei Spiele, kaum jede Runde ein Ding. Ohne Not. 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 Ohne Not.